So, ich krieg das noch alle neuen Lack drauf. Rückkehr zur Landezone. Ich suche mich zumindest, euch alle neue Lackieren zu lassen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ah, Grundlagenforschung? Kann ich zweitens erforschen. Was ist das? Aufhängung. Gebäudelforschung abgeschlossen. Noch so eine Sache, die ich wahrscheinlich nie bauen werde, obwohl es wahrscheinlich total nützlich ist, aber... War ja langweilig. Vielleicht soll ich am Ende noch taktisch vorgehen, anstatt einfach brachial reinzuwalzen. Ja, ja, gleich. Nein, wozu? Ich brauche nicht zurückzukehren. Oh Gott, wie komme ich in meiner Hauptbasis mit so vielen Einheiten wieder raus? Oh, scheiße. Das schaffe ich nie, nie und nimmer. Nie und nimmer. Nimmer mehr, sprach der Rabe. Rückkehr zur Landezone. Und ich kriege schon aber wirklich mehr Energie und schneller, hm? Ich habe schon 10.000 Energie, hm? Energie. Scotty, Energie. Oh, ja, ihr keilt euch wieder schön da. Nein, ja, ja, herrlich. Rückkehr zur Landezone. Ich schieb dir deine Landezone gleich mal dahin, wo es weh tut. In deinen Kopf, ah. Der war jetzt lustig. Ihr dürft jetzt lachen, ne? Da, macht den Turm kaputt. Oh, warum ist die so schnell? Ach ja, weil ich die Geschwindigkeit voll aufgedreht habe noch. Hopplass, alles weg, was da noch steht. Da, das auch. Mauern, komm. Oh, okay. Spezialist, Held kommt danach noch. Toll. Anfänger ist 46, ja. So. Spielfortsätzen. Missionsbesprechung beginnt. Die Analyse des Reaktors hat gezeigt, dass das Kollektiv dabei war, seine Energie an diese Stelle umzuleiten. Beim Ziel scheint es sich um die Nesterzentrale zu handeln. Lehnen Sie die Zentrale ein, bevor Nexus oder das Kollektiv sie benutzen können. Dieses Gebiet wird stark verteidigt. Versiegeln Sie bei Ihrem Vormarsch einzelne Gebiete und rücken Sie vorsichtig vor. Übertragung wird entschlüsselt. Krieger des Kollektivs. Nexus hat uns die wachende Maschine gegeben, damit wir alle zerstören können, die sich uns widersetzen. Nexus will, dass wir das Projekt zerschmettern. Kämpft, zäubert und verbrannt. Tötet sie alle. Missionstimer. Puh. Toll. Meine Freunde mögen mich scheinbar. Nicht. Warum mag mich keiner? Warum wollte ich mich alle töten? Was habe ich denn gemacht? Okay, das... Hier werde ich aber dann auch aufhören. Aber wir schauen uns die Mission nochmal an. Komm, fahr da rein. Fahr da rein! Oh Gott! Wieso sehe ich da noch was? Da ist doch gar nichts mehr. Hä? Okay, ich muss da hin. Von da oben aus. Äh. Ah, er hing. Okay, ich schaue mal schneller runter. Fahr mal da hin. Komm. Schneller. Oh. Wie toll. Mission zielgeschlagen. Was? War ich nur einer... Was? Wie? Ich sag nicht, ich kann nur einen Laden und einen Spot hinschicken. Nein. Missionstimer aktiviert. Moment. Das ist nicht euer Ernst, oder? Warum hängt er da so eine halbe Stunde? Na komm. Hängt er erst noch mal eine halbe Stunde? Ich kann da nur eine? Nein. Achso, wenn ich alle verliere. Aber warum? Warum kann ich nicht noch mehr schicken, hä? Das ist ja mal völliger Bullshit. Geile Scheiße. Oh, geil. Lancer. Lancer. Oh Gott. Ach, das ist... Na ja, so wild ist das jetzt auch nicht. Ich meine, klar, ich muss ein wenig vorsichtig vorgehen. Oben ein wenig Verteidigung hinbauen, dann... Soll das nicht so schwer sein? Nö, so. Ja, ich denke mal, das werde ich ziemlich einfach schaffen. Oh mein Gott. Da kommt doch irgendwas Mieses. Ich sehe es jetzt schon wieder. Egal, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Wenn es weitergeht. Bis dahin. Auf Wiedersehen.